Hallo und ganz herzlich Willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Monatslegung für April 2024. Ich begrüße ganz herzlich alle neuen Abonnenten und auch alle neuen Zuseher auf diesem Kanal. Und für die ganzen Neuen unter euch, ich bin Tanja, ich lege hier die Karten für dich und ich möchte dir kurz erklären, wie das hier abläuft. Und zwar, ich werde dir hier zwei Stapel auslegen, den einen mit allgemeinen Energien und den anderen in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Die Karten, mit denen ich hier arbeite, die findest du unten in der Infobox verlinkt und dort findest du auch den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit mir gemeinsam tiefer in die Situation eintauchen möchtest. In der Infobox findest du auch die Zeitstempel und so kannst du ganz bequem den Mischprozess auslassen und einfach zur Deutung vorspringen und sparst dir dadurch natürlich auch Zeit. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr hattet, wenn ihr denn gefeiert habt, ein schönes Osterfest oder eben Ramadan oder was man sonst noch feiern kann, da kenne ich mich nicht so aus. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle eine gute Zeit gehabt habt mit Freunden, mit Familien oder eben mit euch selbst. Auch das ist wichtig und ich würde sagen, wir legen los. Hier schiebt sie sich schon raus und dieser will auch irgendwie raus zu dir. Es sind zwei geworden. Ich schiebe das mal kurz hoch. So. Wenn dein Herz leuchtet, schenkt dir die Welt ihr schönstes Lächeln. Wenn dein Herz leuchtet, schenkt dir die Welt ihr schönstes Lächeln. Wow, das ist eine schöne Botschaft. Und hier heißt es, der Zauber des Lebens liegt in der Liebe. Vor allem in der Wertschätzung und Liebe zu dir selbst. Ja, sehr, sehr schöne Karten. Schöne Botschaften für dich. Guck mal, die Farben sind auch irgendwie ähnlich. Lass mal weiter gucken. Geht's dir gerade nicht so gut, Steinbock? Musst du dich ärgern, grämen über irgendwas? Bist du ein bisschen traurig? Oder, ähm, 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 ja, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie jetzt gerade schon wieder so Halskratzen. Möchtest du über irgendwas sprechen? Oder möchtest du, dass man mit dir über etwas spricht? Ich hab so das Gefühl, da kommt schon die erste geflogen, ähm, dass es hier mal wieder ums Sprechen geht, um Kommunikation geht. Diese Karte kommt wahnsinnig oft in diesem Monat. Ich glaube, du bist jetzt das dritte oder vierte Zeichen, wo das kommt. Diese Karte, ähm, interessant, echt. So, diese möchte noch raus. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch bekommen. Also, mich kratzt es richtig im Hals. Ich bin nicht krank. Ich hab keine Allergien. Ich bin eigentlich top gesuckt. Ja, ich funktioniere tadellos. Aber ich hab das Gefühl, irgendwie hab ich so ein Kloß in meinem Hals sitzen. Warum auch immer. Lass uns mal gucken. Oh, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Ich spüre es gerade richtig. Die ist schon runtergefallen. Ja. So. Und da ist er auch schon. Na wunderbar. Er oder sie. Geschlechter sind hier in einer allgemeinen Legung neutral, für die, die es nicht wissen. Die anderen können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Aber das ist halt so. Ja. Da muss man Rücksicht nehmen. So. Da haben wir gleich zwei. Lass mal gucken. Ja, sag mal. Einmal. Zweimal. Da kommt die dritte. Na gut. Na gut. Ich nehme die Kurtepperweinkärtchen als Ergänzung. Diese hier soll es sein. Und aus den Atemik-Karten werde ich dir auch noch was rausmischen. Und das lese ich ganz zum Schluss dieses Orakels vor. Ja. ok gut da sind sie steht nicht so viel drauf sind immer nur kurze sachen also nicht schlimm dann gleich vier fallen so jetzt lass uns mal gucken was wir hier alles liegen haben wir haben hier die traumdieben mit der weigerung dem ruf zu folgen wir haben hier den tieftaucher bekommen mit sich in eine aufgabe versenken und wir haben hier in der schoß den schoß des kosmos bekommen mit das göttlich weibliche so aus den ländern karten haben wir die störche das kind und den herrn bekommen beziehungsweise die dame dein gegenüber die person auf die du schaust was mir diesen monat also ich hatte diese karte ja schon wahnsinnig oft in orakeln aber was mir diesen monat ganz markant aufgefallen ist ist das gesicht dieses fabeltiers und zwar speziell die augen es geht darum das ist so eine so eine energie die zieht sich durch den ganzen monat und ich habe auch das gefühl durch die ganzen zeichen hindurch es geht darum sich zu konzentrieren sich auf etwas zu besinnen etwas zu fokussieren und und sich auch zu disziplinieren dabei zu bleiben das ernst zu nehmen und nicht ablenken zu lassen oder jetzt mache ich wieder was anderes ach das muss auch noch erledigt werden es geht darum diese situation auch zu verändern hier heißt es weigerung dem ruf zu folgen ich bin der meinung ganz ehrlich und wenn du dir diese karte auch anguckst ja also orakel erlegungen also karten legen das ist auch eine symbolsprache da geht es ganz viel um farben um die anordnung von figuren und so weiter und jetzt schau mal hier unten sind federn hier hat man was ganz fest in der hand also man kreilt sich da fest regelrecht guck mal wie die wie die pfote aussieht oder diese man kreilt sich richtig fest und jetzt guck dir mal die augen an ja für mich ist es so dass man hier ich weiß nicht ob du das bist oder ob das dein gegenüber ist aber ich kriege schon eher deine energie rein für viele von euch ich würde sagen für den großteil ist es so dass man die eigenen bedürfnisse und die eigenen wünsche und das was man was man braucht auch was ein glücklich macht was ein zufrieden stimmt das hast du unterdrückt du hast viel getan für ihn oder sie für eure kinder oder wenn ihr auch keine habt also kein problem aber ihr steht ja alle an unterschiedlicher stelle im leben die einzelnen jünger denken noch an familiengründung und die anderen haben damit natürlich schon längst abgeschlossen also deswegen möchte ich auf verschiedene dinge eingehen hier hast du auf jeden fall wegen kindern beziehungsweise wegen eines partners immer wieder zurückgesteckt du hast immer wieder dich hinten angestellt alles was dir wichtig war das hast du erstmal an zweite dritte vierte stelle geschoben um andere hier zufrieden zu stellen ich habe auch so das gefühl dass du dass du dich manchmal fragst ist das alles gewesen ist das alles was das leben mir zu bieten hat war es das schon und hier haben wir den tieftaucher mit sich in eine aufgabe versenken ich glaube dass du dich sehr mit deiner gefühlswelt momentan auseinandersetzt und ja auch mit dir und dem leben das du momentan führst so ein bisschen ja zu gericht gehst was ist was ist richtig was ist falsch oder fühlt sich falsch an für dich so ist es vielleicht besser gesagt was fühlt sich richtig an was fühlt sich falsch an was passt zu mir was fühlt sich zu eng an wo fühle ich mich rein gepresst wo drückt hier der schuh sozusagen was war für mich vielleicht vor zehn jahren vor fünf jahren vor einem jahr noch in ordnung und genau das was da aber noch in ordnung war fühlt sich jetzt einfach nur noch erdrückend an mit der weiblichen energie daneben geht es hier darum sich etwas zu gönnen sich etwas auch zu erlauben es geht darum in die empfangen der energie zu gehen was du du musst nicht immer nur geben du musst nicht immer nur machen es hängt nicht alles an dir die welt steht und fällt nicht mit dem dass du ständig tust hier ist veränderung angesagt du sollst deinen träumen folgen du sollst dich deiner träume nicht berauben lassen du sollst dem ruf folgen dem ruf was dir dein herz sagt du sollst vielleicht auch reflektieren ist das noch der richtige mensch für mich und ich meine jetzt auch nicht nur die person an deiner seite sondern schau einfach mal mit welchen menschen du dich hauptsächlich abgibst in deinem leben wer sind deine kollegen im nahen umfeld wie sieht überhaupt mit deinem job aus mach macht er dich glücklich bist du zufrieden klar müssen wir alle geld verdienen aber wenn du dich nur noch in die arbeit schleppst damit du am monatsende irgendwas auf dem konto hast ist das nicht sinn und zweck der sache ist der ort an dem du lebst ein ort wo du gerne hingehst denn dort wo du lebst wo du deine dein zuhause hast da musst du dich wohlfühlen also magst du deine vier wände magst du dein zuhause fühlst du dich geborgen in deiner wohnung in deinem haus wie schaut es mit deinen nachbarn aus wie ist es mit dem ort bist du zufrieden damit ich meine man muss sich immer mit irgendwas arrangieren klar aber wenn ich zwischen lauter furchtbaren nachbarn wohnen ist es auch nicht schön musst du dich vielleicht auch von etwas lösen also es ist so krass ich krieg wirklich so ja so einen rauen hals einfach ich habe das gefühl dass hier ganz viel ausgesprochen werden möchte hier geht es darum schau mal ganz zentral liegt hier der tieftaucher die karte ist wahnsinnig blau man taucht hier in seine emotionen einen seine gefühle ein was zeigt sich denn hier in mir man muss sich hier mit sich selber auseinandersetzen man muss hier was auch abarbeiten ziehen heißt schluss man muss hier was beenden irgendein leiden irgendeine unzufriedenheit irgendetwas was rebelliert in einem und wir haben das alle schon gehört manchen quillt schon zu den ohren raus aber es geht darum einfach dieses innere kind zufrieden zu stellen sein inneres kind auch wieder nach hause zu lieben wo man wirklich sagen kann damit bin ich jetzt gut es geht auch ganz viel um vergebung ich habe ich habe den eindruck dass du dich auch fragst also diese person die hier auf dem tisch liegt tut mir diese verbindung gut tut mir mein leben gut dass ich jetzt gerade führe fühle ich mich wohl in meinem job fühle ich mich mit den menschen wohl die mich mit denen ich am meisten zeit verbringe oder sollte ich mir vielleicht einen neuen freundeskreis zu legen einen neuen bekannten kreis sind die aufgaben die ich tagtäglich erfülle aufgaben die mich weiterbringen in meinem leben die mir auch ja ich sage mal freude machen wo ich einen einen sinn dahinter sehe und ich meine jetzt nicht was weiß ich repetitive aufgaben wie dass man mal die wohnung durchputzt und saugt und das sind alles dinge die müssen ja gemacht werden weil naja das ist halt nun mal so repetitive aufgaben machen meistens keinen spaß aber man macht sie weil das ziel dass man damit erreicht an dem freut man sich doch ja dass man in eine saubere ordentliche wohnung nach hause kommt dass man was weiß ich plötzlichen eine renovierung gemacht hat und man hat jetzt andere farben an an den wänden solche dinge einfach und apropos farben ich habe auch das gefühl bringt farbe in dein leben du hast momentan also diese person hat der fehlt das leuchten diese person strahlt nicht die hat ihr leuchten verloren das entschuldigt wird das ist wahnsinn mit mir fehlt hier wirklich ja keine ahnung mir fehlt die spucke ehrlich gesagt ja das fühlt sich ganz seltsam an wir haben hier bekommen beziehungsunfähig die vergangenheit hat mich gelehrt dass es menschen gibt die ehrlichkeit erwarten sich jedoch selbst hinter lügen verstecken die von treue sprechen obwohl sie sich noch nicht einmal selbst treu sein können menschen die mich glauben ließen dass ich etwas ganz besonderes bin doch sobald ich ihnen den rücken zudrehe sprechen sie schlecht über mich all das hat mich zu dem menschen gemacht der ich heute bin ein mensch voller ängste unfähig eine beziehung zu führen sagt das dein gegenüber zu dir oder hat man dich mit solchen worten vertröstet auch ja in meiner vergangenheit alle haben mich verarscht alle waren böse alle waren gemein ich habe natürlich nichts dazu getan weil es können immer zwei dazu und beziehungsunfähig ist für mich auch immer so ein wort da redet man sich gerne raus das ist ja was naja das ist wie so eine entschuldigung ja ich kann nicht weil ja ich sage nicht dass es beziehungsunfähigkeit nicht gibt nur es wird oft als ausrede benutzt weil man sich dann bequem machen kann denn so viele menschen sind gar nicht beziehungsunfähig hast du irgendwie gegen windmühlen gearbeitet kann das sein und du fühlst dich jetzt kraftlos und erschöpft und ausgepowert ich habe den eindruck dass du dich an dieser person abgearbeitet hast und ich jetzt fragst wo bleibe ich eigentlich bei der ganzen sache weil der zauber des lebens liegt doch in der liebe und vor allen dingen auch in der wertschätzung und liebe zu dir selbst aber du hast dich vergessen du hast so viel für ihn oder sie und was weiß ich wen noch alles gemacht dass du dich ein bisschen vernachlässigt hast vielleicht auch eine ganze weile schon vernachlässigt hast und ich habe das gefühl du bist unglücklich und unzufrieden und traurig und du schaust dir dein leben ganz genau an hier heißt es stille es ist still geworden zwischen uns ich habe mich zurückgezogen weil mir zurzeit einfach alles zu viel ist zu viele gedanken kreisen in meinem kopf umher meine gefühle verfahren achterbahn ich weiß momentan einfach nicht wo mir der kopf steht ich brauche jetzt einfach etwas zeit für mich da ist noch so viel was ich klären muss in der stille finde ich kraft und genau diese kraft brauche ich jetzt damit ich den mut habe den nächsten schritt zu tun hier braucht man die ruhe in sich mit sich damit man wieder von neuem durchstarten kann man wird hier im endeffekt auf sich selber auch ein bisschen zurückgeschmissen man taucht in die eigenen gefühl gefühlswelt auf ich rede natürlich jetzt hier immer ja ich sage immer du 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 aber es kann natürlich auch dein gegenüber sein wie gesagt eine allgemeine legung und geschlechter sind da neutral und auch die energien können fast wird ja fast wird sein da musst du halt auch ein bisschen mitschauen inwieweit du dich da wieder erkennst oder sein gegenüber hier wieder erkennst du bist auf jeden fall enttäuscht von dieser verbindung du bist enttäuscht ja von dem was da stattgefunden hat und irgendwie bist du glaube ich auch ein bisschen enttäuscht von dir selbst aber wir machen alle fehler wir machen alle auch immer wieder rückschritte weißt du und wir machen das aus dem grund dass wir was daraus lernen dürfen damit wir wieder neu durchstarten können damit wir wieder anlauf nehmen können und es besser machen können und was so wenn natürlich ist ist so etwas frustrierend aber wenn wenn solche dinge passieren und wir das gefühl manchmal haben wir fühlen uns so so leer gerade oder so so ja auf und selber eben zurückgeworfen dann verzweifeln nicht dran weil es ist alles so wie es sein soll und das leben meinst dir gut und das universum hat besseres mit dir vor wie das was du bislang hattest rede dir momentan nicht miteinander war ich deswegen so heißer weil komischerweise jetzt bin ich es nicht mehr jetzt ist es weg hast du es gemerkt also ich meine ich rede ja hier weiter ja und plötzlich ist dieser ja keine ahnung vielleicht ist es für dich jetzt einfach auch extrem wichtig das zu hören und dass ich das aussprechen musste weil er oder sie das nicht tut aber wie du merkst meine stimme die hat sich komplett erholt also das wahnsinnig sage ich immer das ist krass das kann eigentlich keiner verstehen der das nicht selber irgendwie kennt oder so ja das ist ja ich kann es einfach nicht anders beschreiben es ist wirklich ein bisschen skurril auf jeden fall solltet ihr unbedingt miteinander sprechen diese person falls ihr momentan keinen kontakt haben solltet kommt auch wieder auf dich zu und ihr müsst über veränderungen sprechen du musst auch ganz klar deine grenzen aufzeigen du musst auch ganz klar über deine bedürfnisse und über deine gefühle sprechen stell deine empfindungen nicht hinten an steinberg das macht dich unglücklich auf dauer auch wenn du sagst ja das muss noch gemacht werden oder das oder achten das mache ich doch selber und auch und ich habe doch das gleich erledigt ja aber weißt du mach nicht alles auch diese person muss was tun also man ruht sich sonst auf dir aus auf deinem fleiß auf deiner deinem organisationstalent auf deiner begabung zu strukturieren und dich zu disziplinieren und deinem ehrgeiz deiner strebsamkeit weißt du und hier heißt es auch schon neu anfangen haben wir hier auch schon liegen es ist verdammt viel passiert in der vergangenheit viele täler sind wir durchlaufen täler der dunkelheit aber auch täler des lichts große zweifel und auch ängste pflasterten unseren weg ich weiß es war nicht immer leicht mit mir doch jetzt habe ich endlich den mut und die kraft nach vorne zu schauen und pläne für die zukunft zu schmieden bist du bereit für einen neuanfang mit mir also ja das ist natürlich dir überlassen weil ich momentan die energie eben wahrnehme dass du sehr ausgelaugt bist und ich sage dir eins wenn du hier nachgibst des lieben friedens willen oder weil dein herz ja diese person halt gern hat und lieb hat und ja du dir natürlich ja eh nix wünscht wenn da kein kontakt ist dass dieser wieder entsteht und dass man wieder zusammenkommt aber es kann nur anders werden wenn auch du in zukunft ganz ehrlich bist weil das ist auch nicht ehrlich seine eigenen dinge nach hinten zu schieben weißt du was ich meine das macht man ja nicht böswillig das ist mir schon klar also ich neige selbst da dazu deswegen sage ich dir das auch so eindringlich weil letztendlich bist du dann der oder die die da sitzt und und sich ausgepowert fühlt okay du musst auf dich achten das ist deine hauptaufgabe im leben pass auf dich auf achte auf dich dass es dir gut geht dass du dich wohlfühlst dann hast du auch eine ganz andere aura du hast eine ganz andere ausstrahlung ja du hast auch ganz andere eine ganz andere widerstandskraft aber jemand der sich ausgepowert fühlt weil er immer nur für andere was macht und die eigenen dinge hinten anstellt der wird auch langfristig krank werden ja innen wie im außen also wie auch körperlich da zeigt auch dein körper irgendwann mal die rote karte gell und das wollen wir nicht so hier heißt es noch wenn du fliegen möchtest musst du die schwere ablegen was leicht ist kann fliegen die leichtigkeit findest du im augenblick ganz gleich wie dieser sich gestaltet oder zeigt fülle ihn umfassend aus und genieße ihn in vollen zügen auch in dunklen momenten wohnt das licht weil es als ursprung überall vorhanden ist also nicht zu pessimistisch sein nach jedem tunnel kommt irgendwo der ausgang kommt wieder das licht rein und hier geht es darum in die empfangen der energie zu gehen auch du darfst bekommen auch auf dich muss man rücksicht nehmen auch für dich muss man mal was tun auch wegen dir muss man mal einen kompromiss eingehen oder verzicht üben auch du hast rechte du hast nicht nur pflichten schreibt ihr das bitte auf die stirn das ist ganz ganz wichtig das möchte ich dir bitte mitgeben so und jetzt schauen wir in die engelsbotschaften was wir da noch erfahren dürfen fünf stapel habe ich hier und auch da findest du in der infobox den zeitstempel für die deutung kommt schon die erste geflogen ich bleibe dabei sieht so aus ok schreibt 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 es wenn die du 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 Das war's für heute. Ja, krass. Okay, jetzt pass auf. Wir haben, bitte um das, was du möchtest. Teile dem Universum und anderen Menschen mit, was du brauchst. Was habe ich die ganze Zeit gesagt? Selber auf sich schauen. Ins Gespräch gehen. Auch die Dinge einfordern, die man braucht. Hier haben wir die Musik. Also ich nehme das halt wirklich wahr, dass man immer in der Anspannung ist. Das Leben ist Anspannung und Entspannung. Anspannung und Entspannung. Und dazwischen ist das Halten. Das ist wie beim Sport. Wenn du dein, ja, spann mal deinen Bauchmuskel an. Genau. Spann doch einfach mal deinen Bauchmuskel an. Atme mal ein und dann so. Und wieder. Das Leben ist Anspannung. Halten. Entspannung. Und die Entspannung ist wichtig. Warum? Weil dein Muskel sonst zu viel arbeiten muss. Und dann wird er, ja, in der Medizin sagt man hypertroph. Also er vergrößert sich. Und, ähm, ja, das ist natürlich für die, die trainieren, ähm, gut, ja, bedingt. Aber die müssen trotzdem auf ihre Pausen achten. Die müssen runterfahren. Die müssen in die Entspannung gehen. Auch das braucht der Muskel. Und die Muskelfasern. Die Faszien. Das ist ganz wichtig. Und man schöpft aus den Pausen oft viel mehr als, ähm, ja, in den Trainingseinheiten. So, wir haben hier, streichen, klären und beseitigen. Benutze nur positive Worte und Gedanken, da sie sich umgehend physisch manifestieren. Bitte die Engel, die Auswirkungen vergangenen negativen Denkens zu streichen. Ich weiß nicht, ähm, es liegt sehr zentral. Und ich habe hier lauter Kinder, Kinder, Kinder. Und selbst wenn du jetzt sagst, wir haben aber keine Kinder mehr oder was weiß ich. Kinder sind nicht unser Thema. Darum geht es nicht. Es geht darum, um das Sich-Kümmern. Kinder haben den Anspruch darauf, dass man sich kümmert, wenn man sie schon in die Welt setzt. Kinder brauchen einen. Wer sich für Kinder entscheidet, der soll sich gefälligst auch drum kümmern. Der muss sich darum kümmern, dass aus diesen Kindern, ähm, gute und gesunde Menschen werden. Kinder brauchen Vorbilder. Die brauchen Erziehung. Und die brauchen ganz viel Liebe. Zeit, Verständnis. Na? Nicht nur satt und sauber. Viele Steinböcke sind in sozialen Berufen. Dafür seid ihr prädestiniert. Wenn du das jetzt nicht bist, kein Problem. Aber ich bin mir sicher, du bist ein sehr geschätzter und gemochter Kollege oder Kollegin. Also ich habe selber viele Steinböcke unter mir gehabt als Mitarbeiter und, ähm, auch im Kollegenkreis und im Freundeskreis. Und ich liebe Steinböcke sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich eine ganz starke Affinität dazu. Weil wir ähnlich ticken und, ähm, ähnlich empfinden einfach, ja, was das anbelangt. Dass wir die Dinge machen, wie wir sie machen, dass sie auch gemacht werden müssen. Und, ähm, da fühlen wir uns dann wohler, wenn es erledigt ist. Und da sind wir dann auch dabei und, ähm, vergessen aber auch viele Dinge um uns herum. Es ist nicht schlimm, wenn du Nein sagst. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal sagst, heute nicht. Es ist nicht schlimm, wenn du jemandem vor den Kopf stößt und sagst, ich nehme mir heute Zeit für mich. Das steht dir zu, denn auch du bist ein Mensch. Du bist keine Maschine. Auch deine Familie, wenn du hast, hat nicht immer nur Vorrecht oder Anrecht auf dich. Auch deine Familie, ähm, muss Rücksicht nehmen. Damit du auch in deiner Stabilität bleiben kannst. Die Situation wird sich verbessern, das ist schon mal gut. Das klingt schon mal sehr gut, die Situation wird sich verbessern. Suche nach einem Zeichen, heißt es hier. Suche nach einem Zeichen. Und ich denke einfach, das wirst du finden, beziehungsweise diese Person wird es finden, wenn man, du erinnerst dich an diese Karte, ähm, hier, mal schaut, was zeigt sich denn in mir überhaupt? Wie geht es mir eigentlich? Wie geht es mir? Nicht meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, meinem Mann, meinen Kindern. Wie geht es mir? Das ist nicht egoistisch. Das ist Selbstwert und das ist Selbstwertschätzung. Hier heißt es frische Luft. Dein Körper braucht Erfrischung durch sauerstoffreiche Luft, die von Bäumen, Pflanzen, Blumen und Gras erzeugt wird. Begib dich heute hinaus ins Freie, so nah wie möglich an die Wiege von Mutter Natur. Öffne deine Vorhänge und Fenster, um auch dein Zuhause mit frischer Luft zu erfüllen. Bist du gerade viel zu Hause? Oder bist du gerade so, dass du sagst, ja, morgens stehe ich auf, dann mache ich alles schnell fertig, dann schnell in die Arbeit, nach der Arbeit komme ich nach Hause, dann duschen, essen oder was auch immer und dann bin ich so K.O., dass ich nur noch auf die Couch möchte und Fernsehen gucken. Oder dann gehe ich noch ins Training und dann mache ich noch dies und dann mache ich noch das und dann mache ich noch jenes und dann falle ich ins Bett, verlaut da kaputt und erledigt. Ja, kommst du von der Arbeit heim, waschen, putzen, bügeln, das noch, das noch, das noch, Kinder ins Bett bringen, was auch immer und dann so, oh mein Gott, eigentlich wollte ich ja heute noch baden, habe ich aber nicht. Eigentlich wollte ich noch spazieren gehen, bin ich aber nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass sich viele hier so ein bisschen abgeschnitten fühlen von, ja, vom Leben einfach, vom, vom, von der Freizeit, vom Genussleben, ja. Und hier ist wiederum der Richtungswechsel und hier heißt es, schlage eine neue Richtung ein und erinnere dich an, wo haben wir sie denn? Ach Mensch, wo sind sie? Hier, ich hole dir die Karte nochmal, die Störche. Auch die zeigen einen Richtungswechsel ein. Ganz markant, also du musst, du sollst und du wirst auch von oben, ja, instruiert eigentlich andere Wege zu gehen, auch deine Wege zu beschreiten. Spür mal wieder den Boden unter den Füßen. Guck mal, die laufen barfuß. Geh mal doch jeden Tag raus, eine halbe Stunde, dann nimm doch die Kinder mit. Oder was auch immer. Isolier dich nicht, du brauchst es. Das braucht auch deinen Energiestoffwechsel, unsere Hormone, gerade bei uns Frauen, wir brauchen das ganz dringend. Richtungswechsel. Die Veränderungen, die du erfährst, sind göttlich geführt durch deine neugeborene Bereitschaft, dein Herz der Liebe und unserer Führung zu öffnen. Du bist jetzt und in Zukunft beschützt, daher folge deinem Weg zu den glücklichen Resultaten, die du dir wünschst. Also, bleibe auf deinem Weg. Geh deinen Weg vor allen Dingen und lass dich nicht ablenken. Hier, ach kannst du Mama, kannst du dies oder kannst du die Kinder heute dahin bringen oder was auch immer. Geh du doch einkaufen oder sowas. Lass es einfach mal sein. Diese Situation hat ihre Wurzeln in einem emotionalen Erlebnis mit einem Familienmitglied und wir können dir helfen, die Ursachen zu verstehen und zu heilen. Umgib dich selbst, die betreffende Person und das Erlebnis in deinem Herzen und in deiner Seele mit besänftigendem blauen Licht und vielen Engeln. Sei offen für die Geschenke, die diese Situation bereithält und erlaube dir selbst, Frieden zu empfinden. Lass es einfach mal gut sein. Egal was sich zeigt, das darf kein Unfrieden in deinem Herzen geben. Du trägst da keine Schuld dran. Du musst dich nicht schuldig fühlen, nur weil du zu irgendjemandem Nein gesagt hast. Es ist nicht deine Aufgabe, alle Aufgaben von anderen Menschen zu übernehmen. Achte auf dich und schau auf deine eigene Stabilität. Weil dann sind auch deine Kinder glücklich, dann sind auch deine Kinder zufrieden, wenn sie eine glückliche Mama haben und glücklichen Papa haben, zufriedenen Papa, einen gesunden Papa vor allen Dingen oder gesunde Mama. Hier, Gelegenheit. Schau mal, wie die Goldmünzen hier runterprasseln. Es gibt die Gelegenheiten. Nimm sie bitte wahr. Lass sie nicht an dir vorbeistreichen. Wenn du denkst, hey, ich möchte so gern schon so lang eine Ausbildung zu, keine Ahnung, was weiß ich was machen. Ich will umschulen. Ich will nochmal studieren. Du, meine Güte, ich hatte eine Kundin, sie war so cool. Meine Güte, sie war fast 70. Und hey, sie ist nochmal an die Uni gegangen. Hey, warum denn nicht? Vielleicht ist das krass. Oder ich bin da gesessen und habe mir gedacht, wow, also das hat mich wahnsinnig motiviert und inspiriert, auch nochmal was zu tun. Ja, oder auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, weil einfach das Leben so viel zu bieten hat, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, die einen interessieren, die einen inspirieren, die einen Menschen, die einen motivieren. Und ich habe mich in dem Moment auch sogar von ihr gecoacht gefühlt, weil es einfach so einen schönen Rückkopplungseffekt gegeben hat, dass auch ich was gelernt habe von dieser Frau. Und die Dankbarkeit dahinter, das ist ja mitunter auch wirklich das Schöne, dass wir uns gegenseitig so viel zu geben haben. Ja, und das Leben hat dir so viel zu geben, Steinbock. Greif zu, das ist auch für dich, nicht nur für deine Kinder oder für die Menschen, die du gern hast und für die du alles tun würdest. Ja, auch du darfst zugreifen. Und hier heißt es noch, die Fülle des Lebens liegt in der Stille des Geistes. Wenn du zufrieden bist, wenn du dich gut fühlst, dann stellt dein Kopf, dein Verstand dir nicht ständig irgendwelche komischen Fragen, schickt dir nicht ständig irgendwelche seltsamen Gedanken. Ein gesunder Geist, gesunder Körper. Das kennst du sicher, dieses Sprichwort. Denk mal darüber nach. Hier heißt es, man kann die Zeit nicht anhalten. Man kann nur in der Zeit anhalten. Und es geht wieder ums Genießen. Genieße das Hier und Jetzt. Und denk nicht dran, was es noch zu erledigen gibt. Und noch zehn Fenster putzen. Nochmal die Wohnung saugen. Och, und im Garten habe ich auch noch nichts getan. Lass es einfach sein. Lass es sein. Das Unkraut da draußen, es läuft dir nicht weg. Die Blumen, die pflanzen sich auch nicht von allein. Die gießt du, die stellst du schön ein bisschen ins Licht jetzt. Das ist wunderbar. Und dann kannst du das alles einsetzen. Was weiß ich. Es läuft dir nicht davon. Weißt du, wir alle werden nicht jünger. Unser Leben ist limitiert. Irgendwann kommt für uns alle der Tag, wo wir nicht mehr aufwachen. Oder wo wir in einem Alter sind, wo wir einfach nicht mehr so viel körperlich aktiv sein können. Und dann ist es doch beruhigend und schön, wenn wir auf ein Leben zurückblicken können, wo wir gesagt haben, das haben wir geschafft. Oder das habe ich erreicht. Und ich habe die Dinge gemacht, die mir Freude bereitet haben. Schlaf ist die beste Meditation. Bist du übermüdet. Bist du ausgepowert. So, ich nehme das die ganze Zeit schon so wahr von Anfang an. Ruhe dich aus. Du brauchst Ruhe. Gehe ganz in deinen Handlungen auf und denke, es wäre deine letzte Tat. Also, weißt du, sag dir nicht ständig, ach das noch und das noch und das noch und das noch, sondern hier geht es wieder ums Hier und Jetzt. Konzentrier dich auf das, was du jetzt tust. Und wenn du das fertig hast, kleine Pause und das Nächste. Mach nicht zehn Sachen gleichzeitig, sonst fühlst du dich auch zerrissen, weil du nirgendwo wirklich bist, sondern du bist überall. Verstehst du? So, lieber Steinbock. Ups, jetzt habe ich alles umgeschmissen. Schön. Also, wenn du dich hier wieder erkannt hast oder dein Gegenüber hier wieder erkannt hast und weiter eintauchen möchtest in diese Situation und schauen möchtest, wie geht es denn jetzt weiter, dann begleite mich gerne ins weiterführende Reading und allen anderen wünsche ich auf jeden Fall einen schönen April. Denk an dich und an deine Gesundheit und an dein liebendes Herz. Und in diesem Sinne, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen. Lass gern dein Abo da, ein Like, ein Kommentar, lieber Steinbock. Und ja, bis zum Mai. Mach's gut. Tschüss. 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 Tschüss.